22.000 ist übrigens das Maximum, was du brauchst für ein Level, ne? Also, dann wächst ich mehr höher, weil ich bin der Lutz. Was für ein Level? Ich bin jetzt ja 32. Ich brauche heute nicht mehr mehr auf 33, ich bin von 22 auf 23 heute. Verteidigung. Soll ich mal nerven? Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Soll ich mal nerven, dass ich total overpowered sei? Ja, soll ich. Dann mach das mal. Schau, da ist auch klar. Also, auf Deutsch, kommen jetzt alle hinten bleiben und Big Muscle 3 da und macht alles jetzt für uns. Ja, ich würde... Er holt uns die... Und dann, wenn ich sterben sollte, zünde ich meine Ulti und krieg dann... Und krieg dann... Highlight des Spiels, weil mein Geschütz alle wegrotzt. Ich hab mal so ein Video gesehen, das hat's einer gemacht, ne? Der ist gestorben, hat seine Ulti gezündet, hat einfach Faye aufm Boden gespielt, wo stand, well played. Dann hat's dann die ganze Zeit anguckt und stand, oh kill, 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 kill. Ich bin es leid. Wie klein der Zerk halt ist. Er ist so klein, hat dadurch ne richtig minimale Hitbox. Macht verdammt viel Damage. Und hat nen verdammt durchgeschützt. Verdammt steuert. Und hat nen Schrotklin und nen Sniper Schuss so gesehen. Das ist n' das. Ich schick dir einer wieder Schaden durch die Wand. Die gute deutsche Wehrarbeit. Ich geb dir auf Boost, Schadensboost und mach's mal. Ich geb dir auf Boost, Schadensboost und mach's mal. Ich geb dir auf Boost, Schadensboost und mach's mal. Ähm, okay, sofern kann ich die Schütze nicht zerschossen werden. Guck! Ich gehrte dann, wenn sie zerschossen. Wenn ich das probiert habe, geht's nicht. Ich gehrte dich wieder. Das geht auch nicht, ne? Ich bin dort. Ich bin dort. Ich wollte grad noch Rüstungen werfen. Hanse schießt halt neben mich und diese Pfeile Box ist irgendwie so riesig, ne? Hä? Ich hab noch nicht mal angeredt, wie ich drauf bin. Wie gefühlt sind 600 Meter daneben geballert. Und auch noch in dem Fuß und ich bin gestorben. Jetzt kannst du laut sagen. Ich bin heute bereit. Ich bin heute bereit. Ja, ich bin tot. Er muss aber nicht zu den Werfen sterben. Ich sollte keine Wüste mehr zu den werfen. Oh Gott. Oh lol. Ja, das habe ich auch gemerkt, nachdem ich tot war. Und mein Geschütz ist gleich im Arsch. Ja, Geschütz vom Arsch. Ich hab meine Schum. Bleib mal kurz stehen. Du bist zu schnell für den kleinen fetten Zwerg. Fiss. Lecker Altmetall. Feindliches Geschütz. Ich muss nur mein Geschütz auf Stufe 2 aufwerben. Ja, mein Geschütz kriegt halt echt keinen Fall, ne? Ich bin tot. Das war ärgerlich. Ich hab dich im Visier. Doktor Ziegler zur Stelle. Ha, 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 ha. GG. Kannst du dazu nur sagen. Oh ich bin der Rüst und Spam. Du kriegst eine Ja klar Ein geschütztes Ding wie 50 in der Firma macht der gerade auch so Probleme Jetzt ist es kaputt Ich habe dein geschützt zerstört war ja auch nicht gut oder was hat er gerade gesagt meine Ja Die Logik Die Logik Die Logik Die Logik Ähm Hanzo Schöne mal deine Hitbox von deinen Pfeilen bitte Ich bin jetzt mal ein bisschen runter Die Logik 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 Das ist ein Die Logik Was ich diese Geschichte vom wollen so ja ja irgendwas stimmt mit diesen scheißern so nicht ganz ehrlich ich guck mir die kürzung an und er schießt auf mein geschütz und ich sterbe mit dem geschütz gleichzeitig ja ich steig genau hinter diesem scheiß geschütz aber der pfeil hängen im nachhinein in der luft ein geschütz von setz also als geschütz war muss ich das verstehen ja das hat schon wieder ledig schaue auf mich wert ist naja ich guck mal was einmal der zwerg ich guck mal was er mit dem geschütz und ich guck mal was er mit dem geschütz könnte ich sah den übergeschütz bekommen eine soundbarriere du ja gut du hast nur zu fehl bekommen zu fehl sind immer ein highlight des spiels der zählt nicht ich hätte gesagt hätte gezählt weil sonst hätte das ding nicht bekommen du musst erst zu fehl aktualisieren damit es da steht nicht jetzt die da alle die 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 Wollen wir mal rausgehen, unsere lootboxen öffnen? Nö, nö.